Und David, herzlich willkommen zu Ben und Ed. Ein neuer Versuch meinerseits. Bei den anderen hat es ja gut funktioniert. Ich bin ein guter Dinger, denn Internet sieht heute ganz gut aus. Ne? Mein Pimmel-Nase auch. Ja, wuhu! Ist das jetzt eigentlich deine erste Folge, Baden? Ne, es ist die Scheiße, aber vielleicht die erste, wo ich mit dabei bin. Also wenn die funktioniert, dann ist es meine erste Folge. Ansonsten machen die drei aber vorerst weiter. Alles gut bei Ben und Ed, es ist geil. Los! Das kriegen wir schon hin, das wird alles total geil. Ed wird gearbeitet am Problem. Genau, am Problem wird gearbeitet und ich hoste heute immer nicht, das macht der Curry, denn wir vermuten, es könnte ein Leitungsproblem sein, weil die Pan und ich uns ja eine Leitung teilen, wegen Zusammenwohnen und so, deswegen, ja. Juhu, Leitung! Juhu! Ja, geil, geil. Oh, eine Leitung, eine, 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 äh, 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 ich will klatschen, ich will klatschen, wie geht ein Klatsch nochmal, ey, wie geht ein Klatsch nochmal, ich hab klatschen vergessen, wie geht ein Klatsch nochmal, ich hab vergessen, wie geht ein Klatsch nochmal, ich hab vergessen, wie mein Sitz. Das ist so geil. Wann fangen wir ja nicht mit dem Spiel an? Hier, fangen wir mit dem Spiel an, hier! Ja, gau, 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 gau. Okay. Okay, so. Okay, soll ich loslegen? Okay, alles klar, los geht's. Und es gibt kein Zimt, äh, kein Zimt, Zimtlimit. Es gibt kein Zimtlimit. Es gibt kein Zimtlimit. Okay, ich fang jetzt an, Mensch! Alles klar, okay. Ach du Scheiße. Lackieren? Curry hat sich nicht versprochen. Ja, lustig, Tobi. Fett dran aufhängen erstmal. Scheiße, ich glaub ich, die Tränke, die hatten wir schonmal, ne? Hey. Okay, ja. Okay, ich mach mal ganz schnell fertig, dann mach mal. Alter, was willst du denn? Scheiße. Oh, ich lebe noch. Oh nein. Nein! Alter, in der Kurve bin ich runter gefallen. Nein! Fick dich in die Hölle! Das darf doch nicht wahr sein. Nein, ich dachte ich schaff das noch. Vom Timing her. Han, wo bist du? Oh, Scheiße. Ich bin runtergefallen. Hi Pan! Ey, Kaffee! Oh nein! Das darf nicht wahr sein! Nein! Ich hab so viel Pech gerade! Ich hab so viel Pech! Das war Karma, Alter! Fick die Höhle! Ich leb noch! Oh nein! Der Hammer! Oh mein Gott! Ja, mein Kopf! Ich hab' es! Ich hab' es noch! Oh nein! Nein! Pan! Ich hab' es noch! Ich hab' es noch! Komm, Erik! Ab geht's! Nein! Wow! Nein! Alles klar! Ach, Dreck! Egal! Jetzt gab's noch! Jetzt gab's noch! Jetzt gab's noch! Der kann doch nicht schon wieder Erster sein! Tobi? Ja! Bist du Erster? Ja! Tobi ist ein Wichser! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also jetzt unabhängig von irgendwelchen persönlichen Gefühlen, Tobi, ne? Unabhängig von dem Spieler auch vor allem, ne? Ja, ja, natürlich! Scheiße! Oh! Hu! Alter! Nein! Nein, Tobi! Scheiße! 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 Mein Leben ist vorbei! Ich bin... Ich hab' kein Handycam überhaupt nicht! Alter, die Pan läuft wie Iggy, Alter! Richtig wie Iggy, Alter! Guck' ich mal an, Tobi, Alter! Warte mal, wo kann ich hier weg sein? A und D, warte! Nein! Das darf nicht wahr sein! Das war so gut! Das war so gut! Das war so gut! Fick' die Hölle! Oh! Oh! Scheiße! Alter! Alter! Nein! Warum? Ja, mach ich kein Problem! Das geht noch! Das geht noch! Nein, das geht nicht mehr! Auf dem Weg! Curry! Ey, ich spiel Fußball mit Curry! Nein, geh weg! Oh Gott! Gott sei Dank, Alter! Boah! Tobi, machst du dich etwa über Leute ohne Körperteile lustig? Nein! Ist das jetzt so'n neues Ding, Tobi? Ja klar! Ahhhh! Curry, Alter! Ahhhh! Alter, erstmal Curry bewerfen! Nein, geh weg! Hör auf damit! Das beste Feature am Spiel ist Curry bewerfen, Alter! Das beste Feature! So kack! Ich war gar nichts los! Handicap! Geh weg! Hör auf damit! Nein! Alter! 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 Wie gut war das denn, Curry? Wie gut war das denn? Ey, Pan, was ist bei dir los? Alter! Pan, was ist bei dir los? Es geht leider nicht schneller! Pan spielt einen Regenwurm, Alter! Alter! Das gibt keine Kekse für dich! Das gibt keine Kekse! Alter! Vorsicht, Alter! Wow! Wir brauchen mehr Stühle! Boah, sie geht aber ab! Nein! 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 Was? Oh Gott! Das ist doch nicht wahr! Oh Mann! Das tut mir so richtig! Oh! Ja! Oh! Boah! Wie es da aussieht, ey! Boah! Das sehe ich aber nicht, ey! Alter, wer schmeißt denn hier die ganze Zeit so gut? Hä? Wie ist das denn passiert? Wie ist die denn gerade gesprungen? Krass! Jawoll! Vierter! 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 Nicht schlecht! Das war richtig Dryheart! Dryheart! Dryheart? Alter! 1, 31! Äh, Tobi ist einfach ein kleiner, äh, so ein Strich. Einmal respawn, Tobi! Der Tobi hat ein Warlhack an! Unfassbar! Unfassbar! Weil das so viele Wars waren! Alter! Ja, gleich geht's noch weiter! Gleich geht's direkt weiter, ne? Curry, komm! Gleich weiter! Ach du Scheiße! Tobi, gönn dir hier! Tobi, mach mal deine Finger! Ach du Scheiße! Mach mal deine Finger und dann mach ich so, ja? Wie viele Leute sich in der Community gefreut haben, als wir das mit dem selber Map machen gesehen haben! Ne, Curry und Tobi gerade nur! Ich sag nichts! Alter, was machen die beiden? Nix! Tobi, mach mal hier, komm! Na komm! Der Curry und der Tobi, weißt du, die kannst du zusammenstecken! Die sind wie so eine Spielfigur! Die kannst du einfach zusammenstecken! Kann man jemand von den beiden die Figuren malen? So ein Yowie-Fan-Art von den beiden Figuren hier von den beiden? Was? Nein! Nein! Guck dir die Zungen mal an! Pan, was fragst du denn da? Guck dir mal die Zunge an, ey! Guck mal wie die schlabbert! Guck mal! Voll geil, ey! Boah, wie mein Pimmel hier schlabbert, ey! Bitte was? Okay, ich starte hier! Entschuldigung! Was sagst du sonst nur abends? Was sagst du denn? Guck mal wie mein Pimmel hier schlabbert! Das ist Roy Black, mein neuer Strap-On! Ey, was ist das denn jetzt? Aus dem Weg! Oh mein Gott! Na, was? Was? Das kenn ich noch! Das kenn ich noch aus dem Hauptspiel! Oh, die Mosch-Ansionate war immer ne Scheiße! Nein! Nein! Ich hab mein Bein verloren! Ach, ist doch weg! Die Musik! Hör mal die Musik! Körgeri! Alter, ciao Curry! Hör mal die Musik, die ist voll schön! Die Mosch-Ansionate! Alter! Hö! Okay, jetzt ruckelt's bei mir gerade! Ja, bei mir auch! Alter! Alter! Bei mir ruckelt's auch! Ich hab grad schlafen! Hö! Was? Ich hatte auch grad ein Leck auf Doom gehabt! Aua! Nein! Aua! Aua! Die Hammer, Alter! Was ist denn da los? Alter! Geh weg! Aua! Alter! Alter was? Alter was? Warte, fokussiert euch mal kurz! Boah! Das ist so gemein! Nein! Wie viel ist das denn? Nein! Aua! Alter was? Wie geil! Was ist das denn? Das ist wie in Ruhe! Nein! Aua! Nein! 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 Aua! Aua! Nein! Ich komm nicht klar, Leute! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Aua! 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 Ja! Ja! Alter Tori! Geh weg! Ich hab hier mal jemanden getanzt, wir uns mal konzentrieren! Komm her, Tori! Komm her, Tori! Komm her, Tori! Nein! Warte! Was ist das denn? Alter! Wie geil! Das darf's nicht wahr sein! Ey! Bade auf, bitte! Aua! Ich komm mal weg! Ich komm mal weg! Ich komm mal weg! Ich komm mal weg! Was? Ey! Oh du Arsch! Ist das geil! Oh Gott! Hey da hinten! Boah! 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 Oh, ist das mies! Ist das mies! Doch, hatte! Au! Boah! Au! Ey Alter! Boah! 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 Oh nein! Boah! 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 Au, Alter. Hä, wie macht man das? Hä, warum? Oh nein, ich hab nur viel Leben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Das ist so mies, Tobi. Das ist voll schwer. Das darf nicht wahr sein! Komm schon! Ja, Baby! Boah, ich hab's. Oh, Tobi, ich hasse dich so sehr, Tobi. Ich hab kein Bein mehr. Oh mein Gott. Wie geil. Oh oh. Was hab ich hier in der Hand? Nein! Oh, Pala ist kein Leben mehr. Oh, scheiße, ich bin raus. Ey, könnt ihr mal warten auf mich? Ich hab was Schönes für euch. Guck mal mal. Tobi? Ja. Cari, Cari, tu es, tu es, tu es. Oh mein Gott. Alter. Was ist das denn? Was ist das Kacke? Nein! Ja! Alter! Alter! Ich hab nur drei Leben, ich muss das probieren. Alter. Ich hab auch nur noch eins. Curry, was machst du? Curry, Curry, was? Curry, du, ja! Ach so! Nein! Oh, Tobi ist raus! Oh, jetzt hat der Curry keinen zum Hauen! Ach so, blöd Curry! Ciao! Oh, das wird los! Curry, viel Spaß! Ja, danke! Ähm, da ist er! Okay, ja, das wird lustig! Mach doch mal endlich mal! Ey, halt mal aus! Was soll die Scheiße? Was machst du? Hä? Cheater! Du Cheater, Alter! So ein fetter Cheater! Was denn? Mach doch mal endlich mal! Ja, komm, beeil' dich mal! Ich will was sehen für mein Geld! Los! Wir ziehen's noch hin! Was ist das denn? Buh! Buh! Curry! Hör mal auf! Ich fühl mich schon ganz unterdrücken! Ich geh'n, Digga! Also, das... Also, ganz echte Amtschein! Ja, komm! Kommt jetzt hier, Leute! Aber beeil' dich, Curry! Wir wollen was sehen für unser Geld! Curry, komm! Warte mal! Du schickst doch das Scheiße! Was? Alles klar, okay! Jetzt ernst bleiben! Curry, Konzentration! Geil, Curry, geil! Du schaffst es! Wir glauben an dich! Wir glauben an dich! Hör auf! Hör auf! Ah, ist das gemein! Aua! Alter, ne! Das gibt's nicht! Ja! Ja, Baby! Die alte Sackfalte! Was ist denn da los? Dreckiger! Ah, komm! Jetzt noch einen fetten Stuhl! Ja, geil! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Dumpen, dumpen! Ja! Achso! Ah! Anna! Gut! Verdammt gut, Curry! Jetzt geh ich nicht mehr! Jetzt gönne ich ihn sogar! Ah! Ja, klar! Alter, was ist das, ey? Das gönne ich ihm! Das gönne ich ihm sogar! Ey, genau! Hör auf! 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 Ja, Mann! Geil! Alter! Boah, das war spannend, ey! Boah, krass! Boah, Scheiße! Alter Schwede, ey! Wie gut, ey! Boah! Aber das Spiel macht einen fertig! Ich bin geil mit mir! So am Schwitzen! Ja, ich auch, Alter! Boah! Boah! Können wir noch eine machen? Ja, oder? Wir können ja zum Schluss... Also die nächste wäre jetzt eine Co-op-Karte! Wa... Was? Boah, wie? Co-op kenn ich nicht! Co-op? Hast du so einen Markenladen? Okay, dann machen wir keine Co-op-Karte! Ach, komm mal raus! Wir probieren's mal aus! Mal gucken, was passiert! Ja, ich wollt... Ja, okay, dann machen wir's so! Das bestimmt super! Das wird mega! Alles klar, Leute! Ah, du Scheiße! Alter, ich lach so! Ich lach mich so! Ohhhh! Kopf! Hey, Tobi, guck mal! Ich bin jetzt Co-op mit dir! Ja! Oh, nee! Äh... Ey, Tobi, Alter! Warte! Uah! 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 Ähm... Ey, wolltest du mich grad tupsen fahren? Uah! Oh! 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 Wir müssen da ja reinspringen, ne? Ja, wir müssen den Würfel haben! Ah ja, wegen Freischmücken! Ah, jajajaja! Aua! 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 Ähm... Ah, da ist schon einer! Aua! Achso, das war hier lang! Achso, das war hier lang! Achso, ihr geht schon hoch? Oh, Entschuldigung! Ja, toll! Was ist da passiert? Toll! Gehört! Was? Achso! Nein! Geh mal deinen Dildo bitte weg! Boah, ich hab mir grad... Ich hab mir grad das... Das Körperteil abgeschüttet, was gebrannt hat! Oh! 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 Oh Gott! Ah, mein Fuß! Ah! 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 Die Schmerzen! Ah! Ah! Ich bin einfach abgebrannt, Mann! Ey, warte mal! Ey! Ey, Alter! Curry, du Wichser! Ey, Koop, Mann! Koop! Eie, Koop! Am Arsch! Ich geh... Ich komm mal Tingle, Mann! So, ihr Striche, Alter! Nein! Wieso bin ich jetzt hier unten? Ey, Tobi, Mann! Hi! Hey! Hey, boah, Curry! Ich hab nix gemacht, Pan! Ah, fuck! Ey! Das war Pan! Das war Pan! Oh mein Gott! Alter! Das muss doch nicht wahr sein! Oh, fuck! Nein! Oh, 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 oh! Ja, nein! Nein! Tobi, warte! Ach, da ist schon Fleischwürfel, Tobi! Ja! Wie soll ich eigentlich keine E-Maus, wenn ich nur ein Körperteil bin? Oh Gott! Tobi, warte mal auf mich! Warte mal auf mich! Du brauchst mich eh jetzt! Mhhh! Wartet auf mich! Wartet auf mich! Ja! Ah! Ihr könnt mich nicht ausgrenzen! Ich hab keine Beine! Ich soll die Nägel auffüllen! Die sind viel zu lange und scheiß! Hä? Wie soll ich? Scheiße! Warte, warte! Nein! Der Mann ohne Beine kann ich nicht rüber! Alter! Das ist wie ein TTT! Ich werde in den TÜVF gegen folgend besser auf! Okay, Tobi, komm! Bitte, bitte! Freunde! Freunde! Okay, Pan, wir müssen zusammenhalten! Komm, Tobi, jetzt! Mein Fleisch! Und deins auch! Vorsicht! 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 Was? Hä? Was war das? Ich darf nicht sterben! Das geht da nicht auf! Ach, Nöööööö! Okay, Tobi, wir haben... Okay, Pan, ich warte auf dich, weil die beiden spielen ohne uns! Ne, mach ich! Achso! Ja, dann warten wir auch mal! Komm, Tobi! Ne, ne, ne! Wir müssen zusammenhalten! Ähm! Machen wir mal eins, Tobi, machen wir eins! Was macht er denn? Ich weiß es nicht Alter ihr seid so ne Schweine Warte Tobi ich will mal was probieren Warte Tobi Was mit Palma hinten Palma was machst du? Du musst rennen wenn ihr rüberspringst Achso bist du schon Ich kann nicht rein Ich kann nicht rein Ah deswegen Warte was passiert denn Warte mal was passiert denn nichts Warte mal Bist du wieder runter? Ja Scheiße steht immer Oh Dreck Ok ich warte Ich warte ich warte hier So Hey warte wir müssen mal eben Pause machen Warte warte Ich muss mal eben was trinken Ok nochmal bitte Mach mal die Show bitte Komm mach die Show Mach die Show Oh Gott das haben sie echt gemacht Oh Gott das haben sie echt gemacht Warte 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 Kann man Hey was hast du jetzt vor alter Hä Alter da bin ich raus Mit den Tropfen Alter Mit den Tropfen Alter Mit den Tropfen Alter Warte 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 meine Dildo Nase im Moment Ja bitte Hä Ne 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 Warte was ist denn jetzt Hey Curry du hast ja was Du machst ja was falsch Da Oh ich komme ich komme warte Oh 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 Was ist hier los Leute Kannst du da weiter machen bitte Alter Zombie Gangbang Ja total Ok 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 Oh Gott Hammer Ja Hab ich den Aua Aua Aaaaah Habe ich nicht gesehen Komm Erich Ey Pan Jo Äh Pan Ich bin so doof Ja ich hab ich kenn das hier alles noch nicht Ok soll ich Warte warte Brauchst du Hilfe Entschuldigung Hey Na ja Obwohl ich kann Ne 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 ich geh hier lang Nein da kommst du nicht lang Du kommst da nicht lang Vertraue mir da kommst du nicht lang Also glaube ich Vertraue mir Glaube ich Ey Was soll ich weg sein Oh Gott nein Oh nein ich schon wieder Oh Entschuldigung Wartet wartet Huh Nein 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 Komm Pan Komm Du schaffst es Oh nein Oh Mann Komm Erich Du schaffst es doch Ja Ja Wichser Hier steht get your friends Alter Hier steht get your friends Ich muss mich hier nochmal zurück Komm Pan Du musst auch noch rüberkommen Pan kommst du Ich hab sofort Oh Nein Pan Oh no Hör auf Ist gut jetzt Alter Ich hab gewonnen Ja geil Verdient 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 Alter geil Schauing Tobi 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 Komm jetzt Wir wollen das Level beenden Alter Ihr seid so bescheuert Einfach Lass mich in Ruhe Geh weg Geh weg Warte ich schaff es nicht Ich schaff es nicht mehr Okay warte Ich mach mit Hey du bist doch da Also Alter schön 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 Boah Alter Warm Warm Das Spiel ist aber Es macht einfach so Spaß Es macht einfach so Spaß Na ja Alter Wie viele Karten haben wir geschafft? Drei 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 Die ersten drei ist fast wie Tutorial ey Ich bin auch gespannt ey Und vor allem wenn Leute jetzt Karten bauen für uns Das wäre mega geil Also bisschen Zeit Bisschen Zeit habt ihr noch mit Karten bauen Man muss sich alles dran gewöhnen Weil wir müssen erstmal alle Karten die es gibt machen wir erstmal durch in Reihenfolge Das sind Ich weiß gar nicht 20 oder so Ich weiß gar nicht Ich hab keine Ahnung Und wir wissen ja auch nicht wieviel Folgen Ich kann sagen dass dazwischen mal wieder eine Pause ist Weil zwei LPT's ist immer ein bisschen schwierig zu handeln Das stimmt Das stimmt Das stimmt Und nicht alle Nicht alle Folgen werden hier Bei TTT ist ja oft so 30-40 Minuten Hier kann es auch mal passieren Eine Folge 10 Minuten Das machen wir nebenbei Das machen wir nebenbei Weißt du So ein rotz Das einfach rotz der nebenbei abfällt So Aber wir müssen auf jeden Fall über 10 Minuten kommen Das ist ganz wichtig Ja das müssen wir auf jeden Fall machen Und dann auch um euch Einfach um euch Content bieten zu dürfen Ja natürlich 10 Minuten eine Sekunde ist der ideale Content Und 10 Werbung aber drin Aber da können wir den Rat teuern So Ja dann sehen wir uns in der nächsten Folge Das Geil ist Das Geil ist wenn das Video 10 Minuten und eine Sekunde geht Und du machst 10 Werbung rein Dann kannst du Dann hast du plötzlich ein 20 Minuten Video Ist doch auch geil Einer 20 Minuten Content Was für immer mehr Geil Das gibt es in der nächsten Folge hier Ja Ja Bin ich dabei hier Tschüss Bis zur nächsten Folge Tschüss